Musik Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Inside Expedia über das Leben in London. Heute sind wir an 30 Minuten südwestlich von Central London gelegen in Richmond, wo sich der größte Stadtpark Europas befindet. Musik Wir sind in Richmond, die Farmer's Market, die hier alle Sattdagen. Richmond, ich denke, ist großartig. Es ist eine schöne, schöne Stadt. Es ist immer ein sehr, sehr family-orientiertes Ort. Es ist gut für Touristen zu kommen. Und man sieht, es gibt viel zu sehen, in diesem Bereich. Wir sind sehr nahe zu dem Zentrum von London, also es ist ein guter Ort, um zu bleiben. Musik Ein toller Blick auf die Temse, oder? Wir sind in Richmond Park, Borough von Kingston-upon-Thames und Richmond-upon-Thames. Und wir stehen auf etwas called Sawyer's Hill. Es ist sehr historisch. Es gibt viele Royal Palaces. Es ist der Hampton Court Palace, von etwa 10 Minuten von hier. Und in dem Park selbst ist die Prinzessin Michael of Kent, die hier sieht. Es ist so nahe zu London, es ist ein bisschen wie ein Oasis. Die Leute sind oft überraschend, über die Menge von Deren, die man hier oben sieht. Die Wilder, die im Park ist. Und man hat direkt über London gesehen. Es ist ein sehr spezielles Ort. Wie man sieht, gibt es hier im riesigen Richmond Park sogar Hirsche. Damit sagen wir Danke fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Mal.